Was mich besonders freut an unseren Euro-6-Fahrzeugen ist, dass der Notbremsassistent verfügbar ist, den wir auch sofort hier in unsere Bestellung der letzten 10 Fahrzeuge mit einbinden können. Und wir versprechen uns hier ein zusätzliches Sicherheitstool für unseren Kraftfahrer, um in Gefahrensituationen Auffahrunfälle zu vermeiden. Wir hatten im Vorfeld zur Kaufentscheidung zwei Wochen eine Sattelzugmaschine Euro 6 im Vergleich auf der gleichen Strecke zum Euro 5 laufen lassen. Und bei gleicherem Kraftfahrer, bei gleicher Strecke, bei gleichem Gewicht hat sich kein Mehrverbrauch eingestellt, sondern sogar 0,2 geringeren Verbrauch. Das war für uns die Kaufentscheidung für Euro 6. Das war für uns die Kaufentscheidung für Euro 6.